Und Wule, wo hast du deine neue, schöne SMG her? Von da ist da! Wo hast du die bekommen überhaupt? Ich habe einen Kingmon getötet. Nice. Ich denke zumindest, das war Irrigium. Wo ist da die Quest? Oder hat sie schon jemand angenommen? Ist die weiter drunter vielleicht? Nee, auch nicht. Das sieht man was an der Sniperposition. Ich bin runtergesprungen. Nicht gefallen, gesprungen. Ist die Quest da unten? Nein! Ich weiß, was die Quest sein wird. Die wird da oben sein, auf dieser riesen Plattform. Hallo? Ach du Scheiße, da unten ist ein riesen Vieh. Ja. Ähm. Ja. Le Tast der Hilfe? Hat sie erledigt. Irgendwie will ich da nicht runter springen. Wo brennst du dich? Ich verheb dich! Ich verheb dich! Ich bin da hinten am Trennen, ey. Wie hat gerade diese seltsame Sniper dir redet? Ich nicht. Warum hast du so etwas? Was ist das? Ach, leck mich doch. Der kackte Sniper macht schaden. Der kackte Sniper macht schaden. Ohohoh. Boah. Ich brauche dir einen extra Arm, nur für einen High Five. Schieß die Ketten! Schieß die Ketten von Midget! Oh, mach ich so so die ganze Zeit! Oh komm schon! Was denn? Oh, da war die Geruch. Hilfe, Leute. Ja, du bist da... Ja, du bist da ein bisschen außer Range für uns. Nein, bin ich nicht. Schau her. Scheuer. Ich rette dich, mein Heider. Nein. Okay. Ja. Na, doch. Alter, bei der SMG kriegt man einen Bono. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe gerade einen runtergeschossen. Nee. 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 Das ist ja wieder verkaufen. Hier, den Treasurer. Danke sehr. Da gehst du irgendwie teilweise auf mein Geschütz immer. Ja. Boah. Dein Geschütz ist doch deine Freundin, oder? Ja. Also, das Geschütz vom Nieder ist meine Freundin. Komplett richtig, äh, merkt. Kriegst du Gefühle dafür, oder? Ja. Hey, Death Trip ist Geschütz, oder? Werde mit der Qued-Punkt. aber in jedem Bussert sind die Geistentypen über die Walküren das war ein Kritiker. Wer hat das für den Bussert gegrittet? Heider, Gen Heider, ich hab da Fliegzeuge also was anderes sind Schüsse Heider, äh, wie ist das der Turm? wo ist diese Gen... ah, da ist der Gen... war doch mal drauf, ne? na wie viel von diesen Drecksvieh hat hundert sein unterwegs? das sind viele Hauptsache man trifft was oder so, ne? damit keine Munition das ist super, ey ja, Moment, wo bist du? da ist doch jeder ja, aber ich kann Hilfe also, heiter ich seh dann merk für die Klonen vom Heider... ich seh dann merk für die Klon der Heider wie er in der Gegend rumfuchtet ich gehe auf meinen Stuhl was du, Stuhl? so, könnte es sein, dass wir erst die Flaggen setzen müssen und dann den Generator anwerfen oder so? hast du gesagt? könnte es sein, dass wir erst die Flaggen setzen müssen und dann den Generator anwerfen müssen? wenn ich doch keinen Sinn mhm wow mhm mhm also ich will ja nichts sagen, aber das du musst nicht mehr wieder resetten während wir die was wir müssen während er draußen ist, müssen wir die Flaggen setzen die eine bleibt dort ja, ok, das mache ich ich hole mal die obere Flagge ah, verstehe, ok ähm warte mal, ne, dann werde ich auch nicht von den Flaggen machen ich habe zu wenig Feuerkraft und die Poster jetzt effektiv runter zu schießen, also ich denke nur, dass du, das wird wahrscheinlich nicht lang halten müssen warte mal, wo kommen wir denn da überhaupt rauf warte mal, wo kommen wir denn da überhaupt rauf also aus diesem Krater wieder raus ja vielleicht da vorne, warte mal ich schau mal, dass ich zu einer Flagge gehe, ne ah, verstehe, ja erst die Flagge, dann den Generator ok, wo muss sie hin da runter da ah, habt ihr jetzt den Generator hochgejagt oder wie? ja ok darf doch gerade noch mal zur anderen Flagge hin irgendwie verdächtigst wenig Gegner da oh man, ich hab's dann natürlich verschreiten müssen ja du hast die SMG ja, das ist allerdings wahr hab sie so, und ich bin gleich bei der letzten Flagge wir sind dann zum Unterstützung gekommen und, und blöd da wir aua time um zu zeigen, dass der Slam nicht mit dem Zartee hm hm das ist ein Gegner der Generator arbeitet scheiße arbeitet er langsam hm hm das werden wir heute öfters zu hören bekommen hm 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 so knapp da braucht die Hilfe? ja, wahrscheinlich wird das dann eigentlich wieder resettet mit dem Generator? oder bleibt er einfach nur stehen? der Generator stoppt! ich finde es super, bei mir sind keine Gegner danke Reader, danke Reader bitte gern ich würde dich gern wiederbeleben hm nein nein ich konnte den Generator nicht anschalten und bin gestorben hm 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 danke Reader bitte Reader was können sie eigentlich wir haben ok wir haben hier ein kleines Goliath Problem das wahrscheinlich mit Talent hm hm Granade ja 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 als erstes, dass die Meatschipp killt ok hinter dir ist einer schon bei der Weim oh man jetzt sind die Bluse großartig Leader ganz hap, jetzt flucht doch eins Leader Leader mach'n scheiß das wäre die Granate ok das ist elendend großartig das ist dramatisch so, viel viele Goliath Spawned jetzt bitte noch noch genug Endlos werfen wir mal wieder den Generator an ich bin unterwegs ein ugl Zero du hast die Flagge aufgerast jetzt bust den Generator Wams jawoll ok die Flagge ist geraced bei mir schaut's bei euch aus die andere Flagge wo muss sie helfen wo muss sie helfen mit der Begründung hat's larken das sei das nur noch eine einzige zu machen ist ja ich heile mich an dem Goliath ich heile mich an dem Goliath ich heile mich an dem Goliath an dem da heil ich mich auch an dem heil ich mich auch an dem heil ich mich auch an dem heil ich mich auch SPA Woowowowowowowow, Alter, DASTA, die SMG, ist super wärs! DASTA? Ja? Okay, er lebt schon wieder. Den DASTA habe ich jetzt so verdanken, dass ich zur Schule hingefallen bin. So, ich laufe jetzt noch mal in eine andere Richtung. Eieieiei. Das ganze dort wird jetzt relativ unbringend, indem wir eine Geschütze zerstören. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal ein Ultimate mit dem nächsten Level habe. Das heißt, dass mein Deathtrap ein Schild hat, das gleich stark ist wie meins. Ja, genau. Genau. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Hm, dauert nur ein wenig. Auf ein wenig? Auf ein wenig? Auf ein wenig? Ding, der Brida ist all Level 30 eingeschlagen. Und dann geht's ja wohl. Das ist mein. Oh, das ist Reset-Spakos, das ist richtig nervig. Oh, du Scheiße. Da ist denn der Fett ist gut. Wow. Immerhin, schau, wir haben das auch mal getroffen. Ich weiß schon mal was. Alter, der Nomad hat mein Death Trap gekillt. Ich denke, Regen gut hat gerade unseren... Der Nomad hat mein Death Trap gekillt. Der Nomad hat mein Death Trap gekillt. Rage Trap iminent. Wer hat wen gekillt? Äh, Nomad in Mangolia, äh, bei Death Trap. Was? Ja, ich glaube, ich werde gleich ein Rage Trap machen. Okay. Okay. Ja, 5! So. 5! Äh, Quests. Nur weil dein wertloser... ...Rod so getötet worden ist, ha? Ja. Also wirklich, da hattest du schon mal einen wertlosen Roboter bei dir rumstehen. Ja. Du fläst dich schon gleich, wo man wieder muppet. Hey, ich hab gepupst! Danke für den Kommentar! Ja. Irgendeiner musste was sagen. Ja. Hier gibt's eine hidden campsite. Zervoatsymbole. Hier gibt's... Hier gibt's die Audio-Lock von Zero! Yes! So. Was haben wir da oben? Get to the Buzzard-Nest within two minutes of entering the area. Oh ja. They'll never find it! Never find my treasure! Was in Old Haven! Not anymore! Mine! Wie das wie ein von Maxis Häuschen? Nobody will ever find it! Never! Das ist Gollum! Sounds like that dude was talking about the lost Bandit treasure of Old Haven! If you find the pieces of the map, you could be the first person to dig it up! Sounds like Bandits have the main pieces, but there's nowhere to know which one's got it! Just keep killing that and hope for this! Ich habe gerade ein Goliath gewonnen! Schottet! Mit deinem Nackenvergriff! Heide, du bist doch voll zu mächtig! Und ich habe nicht einmal das Ding Ding drin, das mir plus 30% Mini-Damage gibt! Dieser war Gott mächtigster Satz verreckt, gell? Ha? Dieser war Gott mächtig der Satz verreckt! Das Ding 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 das nicht damage macht! Ding 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 Ding! Ding Ding Ding! Hey, glaub doch jetzt auf diese Buzzard Station rauf! Ja! Hier muss es zwei World Session geben! Auf der Buzzard Station oder in der ganzen Map? In der ganzen Map! Und ich sehe mich... Ich sehe schon beim nächsten, weil wenn wir die nächste Session angehen, wird der Heider Level 40 sein, weil er da mal obmaraudert hat! Ah, jetzt sind wir schon wieder da! Nein, da müssen wir vielleicht auch rauf! Danke Reader fürs Vorbeirennen! Super Reader! Sehr gerne! Den da oben hole ich mir! Wie kommt man da auf diese Station rauf? Äh, mit Liebe! Verstehe! Ganz aber seriously! Wo kommt man da rauf? Mit dem Buzzard! Na mit dem Buzzard schon, aber wir haben keinen! Das glaubst du! Mal die Karte studieren! So, da unten haben wir begonnen! Hm... Vielleicht von da hinten? Mal schauen... Wir müssen nochmal auf die General auf die andere Seite! Die war schon... Ich glaube, ich war schon, wie wir da hinkommen, nur... Wie... Wie... So... Ich bin... 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 Links halten! Habe ich gesagt! Einfach links entlang! Na bitte! Der Pfeil da hat schon nen Plan! Also da... Das da! Darf's auch mit dem Duster noch! Ah, da gibt's hier was zum Luten! Servus Duster! Servut! So! Ja, mit dem Servut! Das ist ein Guano! Du weißt was Guano! Hallo Wuhle! Ja! Dann bist du nächstes Teil! Servus!